Starker Partner. Als einer der leistungsfähigen Großhändler innerhalb der Copaz-Familie ist die Fritz-Wittig-Gruppe in Bielefeld ein Gesellschafter der ersten Stunde. Das Traditionsunternehmen feiert im kommenden Jahr selbst 100-jähriges Bestehen und hat 40 Jahre Copaz mitgestaltet und den Erfolg mitgeformt. Was die Copaz auszeichnet, sind wir, dass wir Familienunternehmen sind, dass wir alle in unserer Region aktiv sind. Wir sind keine AGs, wir sind nicht weit entfernt, sondern wir sind Familien, die in ihrer Region stehen, die Themen erkennen und ich glaube, dieser Austausch ist das Wichtigste eigentlich, wo wir unsere Innovationen hernehmen. Wittig im Wachstum. Das bestehende Zentrallager wird ergänzt um einen Neubau am Standort. Viel Fläche und jede Menge Platz für neue Ideen. Raum für Erfolg. Innerhalb der Copaz-Gesellschafterstrukturen gibt es zahlreiche regionale Aktivitäten jedes einzelnen Gesellschafters. Wittig nennt das Ganze Copaz-Tag. Ein Tag voller Informationen und Know-how-Transfer. Die Idee war letztendlich, die Technik von morgen zu unserem Kunden zu bringen. Wir machen das jetzt seit über zehn Jahren, dass wir einmal unsere Kunden einladen, versuchen über den Tellerrand zu gucken, was kommt morgen, was sehen wir als Themen, denen sich die Werkstatt stellen muss. Im Speziellen sensibilisiert Wittig seine Partner aktuell zu Fahrassistenzsystemen. Ein Thema, das gesellschafterübergreifend, eine hohe Bedeutung hat. Denn die Zukunft ist schon heute Gegenwart. Fahrerassistenzsysteme zu kalibrieren wird immer wichtiger. Wir merken ja, bei wie viel Arbeiten das heute schon notwendig ist und was alles auf uns zukommt. Und ich glaube, dieses Thema ist von Garmisch-Bartenkirchen bis Kiel, von Dresden bis Aachen ein Thema, wo sich die Werkstätten einfach stellen müssen. Und wenn man nicht den Platz hat, noch nicht investieren will oder nicht das Geld dafür hat, dann kann man das sicherlich auch in unserem Netzwerk. Wir werden Lösungen anbieten oder sagen, neben Leasing und ähnlichem, kannst du vielleicht auch mit deinem Partner vor Ort dir so ein System teilen. Ihr könnt es trotzdem anbieten und diese Arbeiten durchführen. Das ist ja das Wichtigste, dass wir keinen Kunden wegschicken, dass wir eine saubere Arbeit machen und dass die Systeme funktionieren. Ziel ist dabei immer, angeschlossenen Werkstätten und Händlern Tipps zu geben, in Reparaturmethoden zu schulen, für Trends zu sensibilisieren und natürlich einen direkten Kontakt zu ermöglichen. Vieles, was wir heute entwickelt haben, ist aus Diskussionen und Austausch mit Kunden passiert. Wir sind ein Unternehmen, das sehr nah am Kunden ist und wir richten uns nach deren Bedürfnissen aus und versuchen, Lösungen anzubieten. Koparz und Wittig. Antreiber, Pioniere, Gestalter. Gemeinsam starke Partner für Werkstatt und Handel. Glockenberg. Untertitelung des ZDF, 2020